hey shopper religion ich war heute mit sister sally und ihrem trike unterwegs und das ziel war es mit unserer drohne ein paar quick shots zu drehen und das mal auszutesten wieder zu läuft das haben wir da haben wir keine große erfahrung mit nach anfänglichen schwierigkeiten hat alles soweit super geklappt sally hat natürlich in ihrem trike super kofferraum wo man das ganze equipment verstauen kann und wir sind dann ein stückchen rausgefahren haben uns eine location gesucht um verschiedene einstellungen mal zu testen und er hat spaß gemacht war cooles wetter und das wollen wir euch jetzt mal zeigen also rock'n'roll so they come and decorate my grave lonely bones lie here in tune my spirit flies as high as old glory waves on the last monday in may i fought on a distant shore in the war to end all world war one turned into two or gone into pellet or gone into pellet or gone into pellet it's hard to rest so far from home so one day a year i'm not alone i'm not alone the last monday in may the last monday in may when all the springtime flowers bloom they come and decorate my grave But only bones lie here in tune My spirit flies as high as old glory waves On the last Monday in May From the jungles of Vietnam To the mountains of Afghanistan And whatever wars are yet to be We'll fight to keep our country free My chopper went down and I